Was geht ab Leute, euer Frapses hier, heute mit einem neuen Video. Heute in dem Video geht es auf jeden Fall um den neuen Gegenstandshop, und zwar vom 20.04.2021. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, was heute so in den Shop kommt und würde sagen, Freunde, lasst uns doch da mal einfach direkt mal reinschauen. Let's go, gib ihm böse. Wir fangen natürlich unten an. Ihr seht, hier ist schon bereits eine Aktualisierung vorhanden gewesen. Wir haben hier auf jeden Fall Synapse am Start nach 39 Tagen wieder zurückgekehrt und 6x im Shop gewesen. Dann haben wir hier ein Soundtrack nach 28 Tagen drin und 3x im Shop gewesen. Wir haben Goldie am Start nach 27 Tagen 6x im Shop. Wir haben hier Fingerpistole nach 48 Tagen 17x im Shop. Wir haben hier Jubelstimmung nach 37 Tagen und 37x im Shop. Und wir haben hier Ragequit nach 57 Tagen und 23x im Shop. Dann geht es auch schon weiter hier nach oben, meine Freunde. Und zwar haben wir hier einmal diesen Wiki-Skin zurück, beziehungsweise alles, was dazu gehört. Auch die Spitzjacke nach 31 Tagen und 12x insgesamt im Shop gewesen. Dann geht es auch schon hier rüber. Blitz und Gewitter-Skin inklusive allem, was dazu gehört. Nach 31 Tagen und 20x im Shop drin gewesen. Dann gehen wir hier nach oben. Wir haben hier Krypto nach 47 Tagen. Dann die andere Version hier haben wir nach 187 Tagen wieder zurück und 9x im Shop. Inklusive eines neuen Stils, wie ihr gerade hier mit rund erkennen könnt. Ist natürlich eine Geschmackssache, aber kann man auf jeden Fall so mitnehmen. Finde ich optisch gar nicht mal so schlecht. Dann, Leute, haben wir hier den Charlie-Skin in einer, ja, Römer-Version hier am Start nach 31 Tagen und 3x im Shop gewesen. Und das, meine Freunde, soll es eigentlich hier vorerst mit dem Battle-Royale-Modus gewesen sein. Neue Pakete oder ähnliches sind heute nicht vorhanden. Wir gehen in den Ready-die-Welt-Modus und checken dann dort nochmal ab, was daraus in der Wildnis denn so abgeht. Hier haben wir auf jeden Fall das super Anhänger-Lama für 1000 V-Bucks am Start. Im Gegenstand, glaube ich, ist eigentlich ja weiterhin soweit alles gleich geblieben. Und das, meine Freunde, soll es mit dem Video gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne mal einen Daumen da. Vergesst nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Ich werde dann mal raus, haut rein, geht in den Mittelflow, euer Fraps. Und ciao, bis zum nächsten Video.